so leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde modern warfare 2 ja wie ihr vielleicht bereits seht eine rote etar was ist das denn ja das ist ich habe mir heute ein paar custom camus untergeladen alter für die frame, vorher nicht frames warte mal kurz option gleich hat nix oh hat der denn gehabt ich darf das mal schön stehen boah alter alter wie soll ich so frame umrückchen ich hab voll wenig frames, 22, 21 die sonst auch nicht boah alter camp, boah ist das dreckig kann man so dreckig campen ach da war der eliminator oder auch das st das weiß ich natürlich nicht genau was haben wir denn jetzt ja immerhin führen wir jo ich hab nur halt so ein paar kasten camus mal drauf gepackt ich fand die nur meins war ein bisschen langweilig aus dazu boah alter vater äh ja dazu gehörten gehören unter anderem die UMP als Gold hier die Spaß wie ihr hier vorne seht das ist auch ein bisschen pink ich denke mal das werde ich noch ändern das sieht jetzt nicht so pannös aus ich hab halt random einfach naja nicht ganz random aber wenn ich mit dem den namen der kaum nix antworten konnte hab ich einfach rückgene genommen wie ich bei der spaßes genommen habe bei der ta das ist einfach ich hab jedes mal bei akte und den Kanal von der diese ich weiß nicht ob ihr die erstellt hat aber auf jeden fall von dem ich denke ich denke mal der hat die auch erstellt der Kanal von dem ich die runtergeladen hab ich denke mal ich pack ja hin noch nicht in die Videobeschreibung falls ihr die camus auch haben wollt boah hab ich schlecht geschossen aufklärungskrone in Bereitschaft wiederhole aufklärungskrone in Bereitschaft lol boah wie ranzig kann man denn campen aufklärungskrone online eigentlich hab ich den ganzen Tag schon gute Runden da spiele ich auch mit 45 Frames ich weiß nicht wieso ich jetzt nur so wenig hab so viel durch Hauptsache ich hab den scheiß Camper da weg grab ich ach ich einfach nur wollt mir doch die Killcam einfahren sehen naja ich weiß nicht wieso ich grad nur so wenig Frames habe Wie hat er das denn überlebt Die Nutte What the fuck Hoch das Grenadchen Nicht darum Nicht darum Loll Loll, nice Der war nice Naja Ich Frag mich echt, wie soll ich das so sehen Die Frames zwischendurch hab Da hatte ich auch mal so um die 30, 35 Aber niemals um die 20 Boah, diese Outsider 13, ey Was kämpft denn der Alter, der Typ, der Den krieg ich nicht kurz Also er meckt ja nicht, dass er im Bunker ist, weil er so Stand vorbei Siehst du, so einfach geht das Ist jetzt nicht so schwer gewesen Den Camper da wegzuholen, ey Und er hat sich genau in dem Moment bewegt, wie ich angefangen hab zu schießen Boah, ich fang mal ruhig Oh komm, Berlin Oh fuck Bin ich nicht über die Schallsteine rübergekommen Bunker ist auf jeden Fall einer, so wie sich das aussah Vielleicht doch Und zwar einer, der richtig schön rannt, sich wieder kämpft 10-9, ich bin immerhin positiv Der ist ja eben in etwas Ja genau, meine Güte Alter, wie den keiner gesnackt hat Ja genau, komm mit deiner Scheiß-Rafika da Oh, Alter, das war knapp FC, ja komm, ein Kill noch, dann bin ich immer neutral Boah, was ist der denn hier Oh, Alter, wir sind in Führung Uiuiui Nein Da hab ich grad hin-tuben F-12 Schade, nicht mehr neutral geworfen Na, da hat er einen Double gemacht, so gescheint Da, da kann man den Tube an Oh toll, der Typ war auch noch auf den, auf den ich geschossen hab Warte ey Oh ja Oh, Hi-Rez Okay, aber ich werd kurz einmal die Aufnahmen unterbrechen, um zu gucken, ob das vielleicht danach besser wird, also Leute, bis gleich, tschau Ah, okay Verbindung unterbrochen Mhm Okay Jetzt wieder ist gut Nö Shit-Hosts Ah Boah, Alter Ja Schon am Leggen Okay, die OMP ist jetzt von Ich Mal golden, weil ich die heute so Tarnung drauf hab Was ist jetzt? Muss ich das? Wieso ist der Schalldampfer nicht golden? Ich hab mir nämlich auch schon golden gemacht Ah, den lass ich mal über Ah Boah Holla die Weltwehr, hab ich schon gesagt Ne EIN Fuck Holla nach oben in deren Base Und Komm Ursinnig ist das auf jeden Fall einer, den ich Schön wegholen kann Verbündeter Luftschlag auf dem Weg Hier ist noch einer Boah, Alter Ja, ich liebe die OMP Schallgedämpft Boah, da hatte der natürlich Pille Wie gesagt, die OMP Schallgedämpft, nichts geht Boah, Alter Vater Krieg gleich erstmal 10 Schüsse rein mit der Sniper Ja Ja, und um ein bisschen die Ja, okay, das war dumm Um ein wenig die G18 zu leveln, hab ich die natürlich auch dabei Hohoho Habe ich nämlich noch nicht hier auf Akimbo Dann gab ich so'n Gef... Im Urin, dass sie hierbei spawnen Wo das bereits schon tun Boah, Alter, da kommt der mit seiner Scheiß G18 an und snackt mich Boah, da war ich schlecht Boah, da war ich schlecht Boah, da war ich schlecht Okay Soll, what the... Wie kommen wir denn da oben drauf Achtung, feindliche Vorräte Boah, Alter Ich bin hier irgendwie dauer geflasht Muss da weg Wir lassen jetzt natürlich alle ihre Dinger da hoch Auf die Vorräte Weil natürlich jeder hin will Feindliche Aufklärungsdrohne gesiegt Aufklärungsdrohne online Baumschöner durchgeschossen Verbündete Presenter Drohne im Anflug 1A möchte ich behaupten Aufklärungsdrohne online Aufklärungsdrohne online Aufklärungsdrohne online Komm hier hoch Schön ein bisschen rumcampen Irgendwie kommt aber niemand Also wieder ab Dann rushe ich wieder ein bisschen rein Irgendwie ist da jemand mehr Uncool Cool Cool LOL What the fuck Den hab ich schon nichts gesehen Oh Gott da hatte ich nen Aim-Fail Das war eigentlich ein schlechtes Aiming Das dürft ihr euch auf keinen Fall von mir abgucken Hilfe achtet mich positiv Na ja ich glaub ich weiß warum Es denkt sich jetzt auch an wie sie wenigen geflampt hat Ich hab Bildwiederholungsfrequenz auf 60hz eingestellt Eigentlich hab ich sonst mal 40 Ich weiß nicht ob es daran liegt Ich glaube aber schon Weil das ist die einzige Einstellung Die normal ist sag ich mal Aber wenn nicht Dings gekommen wär Highrise Wär ich auch bereits rausgegangen Schimpistolen UMP Schalldämpfer Ohne Das glaub ich verlassen Option Grafik Ja hier seht ihr mal meine Grafikanstellung Ich weiß alles drauf aus und Niedrig Aber Ich weiß nicht ob ihr mich grad hören könnt Aber Naja hier wisst ihr halt ich hab nen scheiß Laptop Und Das ist halt das Beste um möglichst viel Leistung auszuholen Das hab ich glaub ich immer muss alles Einfach auf Niedrig rein und gut ist Ja und falls ihr mal wünsche habt Dass ich mal mit dieser Klasse oder diese Waffe einfach mal testen soll Oder euch die Waffe einfach mal zeigen soll Oder euch die Waffe einfach mal zeigen soll wie ich Naja versuche damit zu spielen Ich würde mir dann natürlich ein bisschen erst die Waffe angucken Und euch dann sagen wie ich mir davon ein bisschen spielen würde Oh cool wieder HiRise Aber ich liebe die Map Könnt ihr ja gerne irgendwie mal was in die Kommentare schreiben Falls ihr irgendwas besonderes mal sehen wollt Und ich denke mal irgendwann werde ich auch noch mehr Kumpel dazu holen Und nehme ich grade um knapp 3 Uhr nachts auf Ich bin grad hier mit dem W2 spielen Und Läuft denkst du recht gut in letzter Zeit Ich war eigentlich in den letzten paar Mittels heute immer Positiv Eigentlich immer positiv Ja Okay Das hat nicht ganz so Ja Keine Lust zu nassern Das dauert ein bisschen bis da einer durchkommt Das war bis jetzt immer so Da kommt keiner Dann gehe ich hier hin Soll Ja Auf jeden Fall Ich will wissen woher der das wusste Ja Und weil das Matchmaking von MD2 so toll ist Naja hier seht ihr mal wieder dieses rote Ja leckt mich doch alle ey Ah Spür mal an der Herrschaft Herrschaft ist gerade doch Na gut Na da habt ihr grad halt wieder kurz diese rote Taunung gesehen die ich hab wenn ich glaub Aktisch oder sowas drauf habe oder wüste weiß ich gar nicht grad auf dem Kopf Wie gesagt falls euch auch Camus fremd machen wollt ich packe euch den Kanal in die Videobeschreibung Wie finde ich gesagt nur welche von dem Kanal nehmen Ich hab mir schon ein paar Camus von anderen Kanälen besucht aber irgendwie Funktionieren die überhaupt nicht Und ich meine wirklich überhaupt nicht Wenn ich die versucht habe zu installieren Franny Ja das müsst ihr jetzt nicht verstehen so riecht das Amüsant Ist halt ganz eigentlich ganz simpel Boah alter die Waffe geht ab Alter scheiße Ne ist wie gesagt halt einfach ganz simpel Ich hab einen Einer von einer Klasse Der heißt Francis Loah da war noch einer Den hab ich nicht gesehen Wir verlieren B Boah alter was war das für ein Aim hier Boah genau halt einfach mal mit einer Scheiß fahren wir's durch Scheiß fahren wir's durch Seinliche Aufklärung ohne Gesichter Charlie wird gesichert Charlie wird gesichert Charlie wird gesichert Charlie wird gesichert Oh weg die Sau Boah scheiß fahren wir's Na ich komm wieder auf und ich glaube ich bin sowieso kein großer Fan von Burst Waffen Ach scheiße fast Ich bin sowieso kein großer Fan von Burst Waffen Ich treffe damit halt einfach viel zu wenig Wenn ich nochmal was treffe, habe ich meist so Das Problem Dass die Leute eh wohl mal nicht sterben wollen Das ist ein ganz schön großes Problem Läufen Ja, das war Fail, hätte ich auch irgendwie Auf die Karte kommen können Da runter Ich hasse die Leute, die einfach messern Boah, da war ich schnell gut Ja genau Schub mich durch die Decke durch, du Mutte Arschloch Bam Okay, so Munition Ich hoffe, ich schätze nicht So dringend, wenn ich ehrlich sein soll, dass ich es so habe Lass ich die einfach mal liegen Boah, wie die schön alle da oben rum campen Loll, da ich erhabe Ah, okay Da will ich mich zu sehr aufs Radar verlassen, denke ich mal Ah, halt die Sau Boah, Alter Boah, Alter Ja, du Loll, Alter Schluck noch mehr Wir sind die alle oben bei B Alter Boah, das war faszinierend 1913 Kann man nicht meckern Boah, Alter Ja genau Schluck doch noch mehr Boah Ich dachte, er wäre unten mein Partner Ja genau Schluck noch mehr Ich habe genau auf seinen Kopf gezielt Alter, da habe ich noch Schwein gehabt Okay, komm Nein Fuck Den habe ich ja gerade erst gesnackt, dann wusste der natürlich auch, wo ich bin Ah, fuck Boah, schwankhaft Ich dachte, er wäre genau über mir Alter Diese Billy Noob Noob, ey Ne, Billy Bob Noob Kein besser Ja genau Alter Das war mal Tyrium Ja, Schluck noch mehr Boah, also teilweise da habe ich ein Aiming Boah, läuft er doch durch Ja genau Ich war hinter der Wand Leck mich Hät er mich noch gekillt Ja, ich war voll das schlechte Team Ja, am Arsch Boah, ich bin fast neutral 1913 24-22 machen Puh Ach, komm schon Wer war das? Oh, Alter Ja, meine Güte Dieser scheiß Rolex, ey Der soll sich die Uhren in den Arsch schieben Na Spaß, ich hasse solche Leute So, hier hast du Boah, hast du verdient Nein, scheiße Rolex Motherfuck Okay, das hat keinen Sinn Schade Egal, 27-24 Ich bin Immer positiv geworden Ja, ja Mini-Uzid ist Wie gesagt, mein erstes Spiel Mit der Mini-Uzid Schon genannt Geht gut ab Also Leute Haut rein Bis zur nächsten Folge Modern Warfare 2 Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet Ciao Ach, sorry Habt ihr die Leute gerade gesehen mit den Leuten, merkt ihr euch Jetzt gehe ich nochmal auf Team Deathmatch Hm Welchem Spiel sind wir erst wohl gejoint? Zum gefühlten achten Mal Na, nicht gefühlten, ist sogar das achte Mal Wen sehen wir denn da? Knut Miller 2 Mr. Haveler Okay Dieselbe Lobby wie gerade eben Also wird das Spiel verlassen Spiel suchen Team Deathmatch Estates Ob das wohl dieselbe Lobby sein könnte? Und hier der Miller Knut Es ist dieselbe Hm Nochmal Und erneut Hm Sieh dich mit dieses beschissene Matchmaking an Das ist ja schon das zwölfte Mal oder so Ich bin die ganze Zeit raus Und die da rein, seitdem es Zeit gekommen ist Was soll die Scheiße? Und vor allem Guck mal hier Hier steht ein 0 von 16 Spielen gefunden Pack mich doch ein 1 zu 1 an 15 Wenn ich 10 Mal aus dieser 1 Lobby raus will Dann will ich da raus Und nicht da wieder rein Meine Güte Bis zum nächsten richtigen Fall Das ist einfach noch ein kleiner Clip Bis zum nächsten mal m Untertitelung des ZDF, 2020